Mein Name ist Sven Müller, ich komme aus Heidelberg, habe ein IT-Unternehmen und habe schon ein bisschen was im Internet gemacht. Also ich habe auch viele Kunden, für die ich Webseiten kreiere und ich möchte jetzt gerne was in Richtung Videomarketing auch machen und digitale Produkte verkaufen. Und da denke ich mal, dass ihr mir die richtigen Impulse gebt und dass es alles super wird. Alles klar, wie lange bist du schon im Internet tätig? Also die Firma habe ich jetzt seit 2004 und so ein bisschen Internet-Webdesign mache ich eigentlich seit 2006. Okay, super. Und ich möchte halt mehr im Internet-Marketing-Bereich umsetzen. Da bist du hier genau richtig. Super. Gut, super. Danke. Ja, also das, was der Matze und der Ralf hier auf die Beine gestellt haben, ist der absolute Wahnsinn. Also so ein Seminar habe ich noch nie erlebt. Also so viele geile Infos, so viele geile Informationen, so viele Insider-Tipps auch, habe ich noch nirgendwo gesehen. Also ich kann das jedem empfehlen, der im Internet-Marketing erfolgreich werden will. Kommt hier her und guckt euch das an. Die beiden sind super.